Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der noblierten Wohnung liegt bei ca. 62 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 900 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017